Einen schönen guten Tag Sachsen, hallo Deutschland, ich grüße die Welt. Ja, wie ihr uns schwer erkennen könnt, ich habe es mir heute mal auf meinem Dach gemütlich gemacht, weil ich einfach den Wind genießen möchte. Nein, ich möchte euch einfach daran teilhaben, dass im Grund des täglichen Stresses, den wir hier ausgesetzt sind, es auch immer noch tolle Sachen gibt, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Deswegen hier auch dieses kurze Video. Schaut es euch an. Sie sind wieder heimgekehrt. Unsere Störche, so wie jedes Jahr. Das Männchen sitzt jetzt schon da und beginnt demnächst mit dem Nestbau. Und in ein paar Tagen oder ein paar Wochen kommt dann auch das Weibchen, das das Ei ja schon innen trägt, legt es hin und dann wird gebrütet. Aber momentan, wie ihr sehen könnt, gibt es hier noch ein bisschen Stress zwischen zwei Storschenhähnen, die sich hier diesen Schornstein erkämpfen müssen. Ist das nicht schön. Und da steht er. Unser Storch. Kommt der kleine Rivale wieder. Versucht nochmal auszuloten. Aber denn auf den Schornstein darf. Das ist für euch da draußen. Ihr habt gestern die andere Seite gesehen, wie Menschen untereinander agieren. In Rochlitz. Bei den Tieren wird das kurz geklärt und dann hat sich das erledigt. Storch. Und jetzt geht's. ich werde euch natürlich in den nächsten wochen und monaten darüber auch auf dem laufenden halten wie viel küken es sein werden letztes jahr waren es drei das jahr davor auch drei ein wunderschöner anblick und mit diesem bild verabschiede ich mich auch schon wieder und bitte euch einfach zu teilen damit unterstützt ihr mich auch der blaue kanal ist raus habt eine schöne restwoche